Wenn wir an Sonne denken, denken wir an Urlaub. Aber Sonne gibt es immer. Unser Gesicht ist ihren Strahlen jeden Tag ausgesetzt. Neben UVB- und UVA-Strahlen auch den Blue Light, das nachweislich Hautalterung und Hyperpigmentierung verursacht. Wer sich vor der Sonne schützt, vermeidet nicht nur Sonnenbrände, sondern schützt seine Haut auch langfristig. Die Innovation von Utermalaven. Der erste Sonnenschutz mit HEV Blue Light Filter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017